Joao Vaz Corte Real war ein adliger Ritter und Seefahrer aus Portugal. Er war der Sohn von Vasco Anas Corte Real, der bereits seit 1450 auf der Azoren-Insel Terzera lebte. Erkundungsfahrten Erste Reise Aus bruchstückhaften Zeugnissen geht hervor, dass Corte Real als Abgesandter des portugiesischen Königs Alphons V. An einer von diesen mitfinanzierten dänischen Expedition teilnahm, die von den Seeleuten Dietrich Pining und Hans Porthost angeführt wurde. Dieses Unternehmen sollte im Auftrag des Königs Christian I. von Dänemark und Norwegen die damals abgerissene Verbindung nach Grönland wiederherstellen. In diesem Rahmen erreichte Corte Real mit den anderen Teilnehmern über den nordwestlichen Atlantik vor dem Jahre 1473 Grönland. Es gibt allerdings Vermutungen, dass Corte Real entweder zusammen mit allen anderen Expeditions-Teilnehmern oder allein mit einem Schiff anschließend bis nach Nordamerika. Gelangte Bordaufzeichnungen über diesen vermuteten Reiseteil sind jedoch bislang nicht bekannt. Die Einzelheiten der gesamten Expedition müssen aus verstreuten Quellen rekonstruiert werden und sind deshalb in der Forschung umstritten. Entdeckung der Terra Nova Dober Karl Hau Nach anderen Vermutungen soll Corte Real erst auf einer zweiten Reise unter Begleitung seiner Söhne Miguel und Gaspar die Insel Bacalhau entdeckt. Haben Portugiesisch Terra Nova Dober Karl Hau Diese Bezeichnung bedeutet wörtlich übersetzt neues Land des Kabeljaus. Um welche Insel es sich dabei genau handelte ist bis heute unklar. Es könnte aber Neufundland gewesen sein. Sollte dies stimmen, wäre Corte Real etwa 20 Jahre vor Kolumbus an den Gestaden Nordamerikas gelandet. Allerdings wäre er damit weder der einzige noch der erste Entdecker Amerikas in historischer Zeit gewesen. Denn die Wikinger waren unter der Führung von Leif Eriksson bereits etwa im Jahr 1000 dorthin gelangt Gouverneur auf den Azoren. Als Belohnung für die Entdeckung von Terra Nova Dober Karl Hau bekam Joao Vaz Corte Real im Jahre 1474 den Titel Capital Donazario de Angrado Heroismo verliehen. Er war damit Lienzer und Gouverneur von Terzera Azoren und erhielt demzufolge auch Ländereien auf diese Insel geschenkt. Im Jahre 1483 erlangte Joao Vaz Corte Real einen zu Terzera vergleichbaren Rang bzw. eine äquivalente Stellung in der Kapitania der Insel Sau-Jorge. Corte Realts Söhne, seine Söhne Gaspar Piguel und Vasco Arnes traten in die Fußstapfen des Vaters und fuhren ebenfalls als Kapitäne zur See. Die beiden erstgenannten gelten auf Entdeckungsreisen an das östliche Nordamerika als verschollen, der erste 1501. Der zweite 1502 Vasco Arnes wollte sich auf die Suche nach seinen Brüdern begeben, doch der König verwehrte ihm die Erlaubnis. Da er Nachfolger seines Vaters als Kapitao Donatario war.